Hallo, herzlich willkommen zum Vortrag über Hackerethik. Mein Name ist Josch, im richtigen Leben Joachim Scharlot. Ich bin Sprachwissenschaftler an der TU Dresden und Mitglied im Chaos Computer Club Dresden. Wenn wir über Hackerethik reden, dann müssen wir uns zunächst mal überlegen, was ist eigentlich ein Hacker? Die Bezeichnung, wie sie in den Medien verwendet wird, legt erstmal nahe, dass Hackerinnen und Hacker Personen sind, die illegal in Computernetzwerke eindringen, dort sich Daten beschaffen, diese Daten womöglich verkaufen oder ähnliches. Mit anderen Worten, Hacker sind häufig sowas wie Kriminelle. Im Gegensatz zu dieser Fremdbeschreibung verstehen wir als Leute aus der Hacker- und Hackerinnen-Community uns als Individuen, die kreativ mit Technik umgehen. Die Bezeichnung hat ihren Ursprung in einem Buch des Stephen Levi, also ein Journalist in den 80er Jahren schon geschrieben hat. Und der berichtet darin, dass die Bezeichnung Hacker oder Hacking eigentlich aus dem MIT stammt, nämlich dort aus dem Modelleisenbahn-Club. In den 50er, 60er Jahren wurde dort die Bezeichnung Hacker geprägt, um den kreativen Umgang mit Technologie, die Anwendung von Technologie für Zwecke, für die sie ursprünglich nicht geplant war, zu bezeichnen. Hacker können wir also festhalten, experimentieren mit Technologien und erweitern auch ständig die Grenzen dieses Gebrauchs von Technologien. Kommen wir nun zur Frage, was Hacken mit Ethik zu tun hat. Zunächst mal, was ist Ethik? Ethik beschäftigt sich mit der Frage, wie wir Handeln beurteilen können und stellt vor allem natürlich auch die Frage nach dem richtigen Handeln. Warum sollte man sich als Hacker mit Ethik beschäftigen, wenn man mit Technologie experimentiert? Ihr seht hier Wolfram Sievers. Wolfram Sievers wurde 1905 in Hildesheim geboren, als Sohn eines protestantischen Kirchenmusikers. Wolfgang Sievers war selbstmusikalisch begabt, spielte Cembalo, aber auch Orgel, Klavier, war ein Fan von deutscher Barockmusik. Wolfgang Sievers hat sich 1929 der NSDAP angeschlossen, 1935 ist er zur SS gegangen, 1943 wurde er Direktor des Instituts für wehrwissenschaftliche Zweckforschung, das in großem Stil Versuche an Menschen durchführte. Wolfram Sievers wurde 1947 im Nürnberger Ärzte Prozess im Zusammenhang mit tödlichen Menschenversuchen angeklagt und am 20. August 1947 zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde dann im folgenden Jahr vollstreckt. Warum erzähle ich die Lebensgeschichte von Wolfram Sievers? Nun, als das Militärgericht in Nürnberg sein Urteil gefällt hatte im sogenannten Ärzte Prozess, hat es Vorschläge formuliert, wie Experimente an Menschen zu gestalten sind. Die sind als Nürnberger Kodex noch heute relevant für Forschung. Einige dieser Punkte, die im Nürnberger Kodex genannt sind, sind auch für uns Hackerinnen und Hacker relevant. Der erste Punkt ist die freiwillige Zustimmung von Versuchspersonen. Also wenn wir Experimente, als Forscherinnen und Forscher, Experimente am Menschen machen, dann müssen die Menschen zustimmen. Und sie müssen informiert zustimmen. Sie müssen wissen, worum es geht. Sie müssen wissen, dass sie an einem Experiment teilnehmen. Wenn wir Experimente machen, dann müssen wir versuchen, die Versuchspersonen von Schäden zu bewahren. Wenn wir Experimente machen, dann müssen diese Experimente so gestaltet sein, dass sie zum Wohl der Gesellschaft beitragen. Wir müssen natürlich auch die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten. Man kann nicht für jede Fragestellung ein Experiment machen, sondern nur dann, wenn der Nutzen, den das Experiment bringt, auch tatsächlich zur Lösung eines humanitären, wichtigen Problems beiträgt. Und wenn die zu erwartenden Ergebnisse auch tatsächlich es rechtfertigen, ein solches Experiment zu machen. Warum interessiert uns das? Warum interessiert uns Wolfgang Sievers, Wolfram Sievers? Warum müssen wir als Hackerinnen und Hacker über Ethik sprechen? Wir haben es doch nur mit Technologie, mit Maschinen zu tun. Jetzt, in diesen Zeiten, in denen Technik mehr und mehr in unseren Alltag vordringt, in dem unser soziales Leben eigentlich nur noch auf der Basis von Technologien stattfindet oder zumindest organisiert wird, da muss man sich natürlich darüber Gedanken machen, dass Technik auch in das Leben von Menschen eingreift. Und zwar immer, wenn wir Technik benutzen. Wir müssen uns also fragen, wo sind die Grenzen des kreativen Umgangs mit Technologien? Zur Frage der Grenzen hat sich schon Steven Levi Gedanken gemacht in seinem Buch und hat einige Vorschläge dazu gemacht. Der Chaos Computer Club in Deutschland, hier dargestellt in der Person von Wauholland, einem seiner Gründungsmitglieder, hat diese Prinzipien erweitert und hat sie als Hackerethik veröffentlicht. Und die Hackerethik, wie ihr sie im Netz findet, beispielsweise auf den Seiten des Chaos Computer Club, hat acht Punkte, die wir jetzt im Folgenden einzeln uns mal anschauen und vielleicht auch ein bisschen kritisch hinterfragen wollen. Das erste Prinzip heißt, der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie die Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Das erste Prinzip betrifft also zunächst mal den Zugang zu Computern. Unbegrenzt und vollständig. Was heißt das? Einerseits müssen wir uns natürlich dafür einsetzen, dass Computer weiterhin uneingeschränkt programmierbar sind. Beispielsweise werdet ihr festgestellt haben, dass auf einigen Maschinen nur mit großen Anstrengungen beliebige Betriebssysteme laufen. Es bedeutet aber auch, dass Hackerinnen und Hacker sich dafür einsetzen müssen, dass auch Menschen, die vielleicht, weil sie arm sind oder weil sie vielleicht nicht sehen können, bislang nur schwierig Zugang zu Computern haben können. Und dass wir uns dafür einsetzen, dass sie diesen Zugang bekommen. Das nächste Prinzip heißt, alle Informationen müssen frei sein. Frei kann vieles bedeuten. Frei kann heißen für alle zugänglich. Frei kann heißen kostenlos. Frei kann heißen benutzbar. In beliebiger Weise in anderen Kontexten verwendbar. Es kann auch heißen veränderbar. Denkt beispielsweise an Wikipedia. Denkt an OpenStreetMap. Es ist gut, wenn es Ressourcen gibt, die für jeden uneingeschränkt zur Verfügung stehen und man sich nicht ständig Gedanken darüber machen muss, ist meine Verwendung überhaupt von einem lizenzrechtlichen Modell gedeckt oder muss ich womöglich etwas dafür bezahlen, wenn ich diese Informationen nutzen möchte. Es ist deswegen wahrscheinlich auch kein Zufall, dass eine Organisation wie Wikileaks ihren Ursprung in der Hacker-Szene hat. Aber Wikileaks zeigt auch, dass das Prinzip der Freiheit von Informationen auch Grenzen kennen sollte. und über diese Grenzen werden wir gleich noch mal reden müssen. Ein weiteres Prinzip der Hacker-Ethik lautet, misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung. Hackerinnen und Hacker sind kritisch. Sie hinterfragen alles. Das ist manchmal auch anstrengend, aber immer nötig. Denn allein, weil es einer Autorität etwas sagt, heißt noch nicht, dass die Autorität deswegen Recht hat. Im Gegenteil, Zentralisierung von Informationen, von Entscheidungskompetenzen in bestimmten Personen oder in bestimmten Institutionen sehen wir sehr kritisch. Nicht nur deswegen, weil Dezentralisierung per se sozusagen die Verantwortung verteilt und mehrere Meinungen ermöglicht, sondern auch deshalb, weil Zentralisierung immer erst mal Macht bedeutet und Machtakkumulation. Und insofern sind wir als Hackerinnen und Hacker beauftragt, Dezentralisierung zu fördern. Der nächste Punkt betrifft die Frage, wie wir eigentlich mit Hackerinnen und Hackern umgehen und wie wir überhaupt mit Menschen umgehen. Häufig findet man ja die Einstellung irgendwie so, jemand ist ein cooler Hacker, weil diese Person besonders viel kann, weil sie besonders tolle Dinge schon gemacht hat, weil sie vielleicht den dicksten Computer hat. In der Hackerethik wird das etwas anders formuliert. Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut und nicht nach üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Herkunft, Spezies, Geschlecht oder gesellschaftliche Stellung. Das heißt, alle Menschen sind zunächst mal für uns gleich und wir behandeln alle Menschen gleich und wir treten allen Menschen mit Respekt gegenüber. Wir beurteilen sie danach, was sie tun und nicht, wer sie sind. Ein wichtiger Aspekt, der beim Hacken, wenn man das beruflich macht, beispielsweise, wenn man beruflich mit Computern zu tun hat, oft vergessen geht, ist, man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen. Vergessen wir also nicht, Computer sind nicht nur Mittel zum Zweck. Die Interaktion mit Computern kann eine erfüllende Tätigkeit sein und man kann mit Computern faszinierende Dinge tun, die jenseits von Rationalität und Logik Menschen faszinieren. Was schon trivial ist, dass man mit Computern das Leben von Menschen zum Besseren verändern kann. Das ist eigentlich etwas, wovon wir als Hackerinnen und Hacker schon immer überzeugt waren. Es ist aber doch, gerade in unserer Community, manchmal nötig, daran zu erinnern, insbesondere dann, wenn wir hören, welche Dinge mit Computern gemacht werden, beispielsweise, um Menschen zu überwachen, beispielsweise, um Menschen zu überführen, Verbrechen zu überführen, beispielsweise, um Menschen Eigenschaften zuzuschreiben, um sie zu framen, um sie zu verfolgen. Wir als Hackerinnen und Hacker sind dazu aufgerufen, in Erinnerung zu rufen, aber auch selbst daran zu arbeiten, dass das Leben sich mithilfe von Computern zu Besserem verändern kann. Ein ganz wichtiger Punkt, wenn es darum geht, was ist eigentlich richtiges und falsches Hacken, betrifft den Umgang mit Daten anderer Leute. Ihr erinnert euch, ein weiteres Prinzip hieß, Informationen sollten frei sein. Das gilt offenbar nicht für die Daten anderer Leute, denn Daten gehören anderen Menschen. Daten, die ich produziere, gehören zunächst einmal wir. Das ist eine der Haltungen, die im Chaos Computer Club sicherlich ganz entscheidend mit vertreten werden und schon immer vertreten wurden. Das heißt auch, dass ich nur über meine eigenen Daten zunächst einmal frei verfügen kann und dass ich mit den Daten von anderen Menschen mit Respekt umgehen kann. Und so, wie ich einen Menschen, den anderen Menschen als Integres gegenüber wahrnehme, so will ich auch oder so sollten wir auch die Integrität der Daten anderer Menschen wahren. Aber es gibt öffentliche und private Daten. Öffentliche Daten sollte man nützen, private Daten sollten wir schützen. Hacker oder Hackerin zu sein, heißt, öffentliche Daten als etwas Wertvolles anzusehen, als etwas, mit dem man kreative Dinge tun kann, als etwas, womit wir unser soziales Leben verbessern können. Wenn Fahrplandaten offen sind, dann lassen sich damit großartige Anwendungen programmieren oder auf deren Basis großartige Anwendungen programmieren, die es helfen, uns im Alltag zurechtzufinden. Öffentliche Daten nützen. Das heißt auch, wir setzen uns dafür ein, dass der Staat, dass Städte, dass Gemeinden, dass Bundesländer oder auch der Bund selbst überhaupt die Daten, die er produziert, die er in Auftrag gibt, sei es in der Forschung, sei es im Rahmen von Parlamenten, dass die frei zugänglich sind und dass wir die nützen können. Private Daten schützen heißt umgekehrt, dass wir daran arbeiten, dass der Mensch, dass der Einzelne, sich vor dem Zugriff auf seine Daten schützen kann. Das heißt auch, Hackerinnen und Hacker arbeiten an Systemen, die Verschlüsselung im Alltag implementieren helfen. Arbeiten daran, Lücken, Sicherheitslücken aufzudecken. Wann sind aber Daten öffentlich? Ihr erinnert euch vielleicht, dass vor einiger Zeit eine Datenbank eines Datingportals im Darknet aufgetaucht ist. Sind publizierte Daten, sind das schon öffentliche Daten? Hier würden wir als Chaos Computer Club ganz klar sagen, nein, sind sie nicht. Öffentliche Daten sind nur Daten, die von öffentlichen Institutionen freigegeben sind und nicht Daten, die einfach so im Netz rumfliegen oder einfach nur öffentlich sind oder zugänglich sind, weil sie nicht hinreichend gesichert wurden. Das waren die wesentlichen Punkte der Hackerinnen- und Hacker-Ethik. Es gibt natürlich ein paar Probleme, mit denen wir als Hackerinnen und Hacker immer wieder zu tun haben. Beispielsweise, was ist mit Menschen, die im Schatten von Big Data oder überhaupt von Daten leben? Schließen wir diese Menschen nicht aus, dadurch, dass sie keinen Zugang zu Computern haben, dadurch, dass das, was sie tun, nicht erfasst wird von Algorithmen, die dazu verwendet werden, unser alltägliches Leben zu steuern? Was ist es, wenn wir beispielsweise einen Chatbot programmieren und den in ein soziales Netzwerk loslassen? Was passiert da? Ist es nicht so, dass wir dort auch auf die informierte Zustimmung von Personen setzen sollten, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie es mit einem Chatprogramm zu tun haben und die glauben, sie reden mit einem echten Menschen? Auch wir als Hackerinnen und Hacker sollten aufpassen, dass wir Menschen nicht als bloße Datenpunkte behandeln, sondern dass wir es mit Individuen zu tun haben. Und immer, wenn wir mit ihnen oder wenn wir Anwendungen schreiben, die mit ihnen interagieren sollen, dann müssen wir uns klar machen, dass das Menschen mit Bedürfnissen und Intentionen, mit Absichten sind. Immer, wenn wir Anwendungen programmieren, immer dann, wenn wir, wie ihr es jetzt wahrscheinlich tun werdet im Laufe der nächsten Tage, Programme schreibt, die etwas mit öffentlichen oder auch mit anderen Daten anstellen, dann müsst ihr euch klar machen, dass ihr Daten selber produziert mit euren Anwendungen, die es ermöglichen, ja, private Informationen von Menschen preiszugeben, die eine De-Anonymisierung ermöglichen. Es besteht die Gefahr, dass mit Hilfe solcher Daten voraussagende Analysen möglich sind. Beispielsweise gibt es Unternehmen, die sagen, dass man auf der Basis von Textanalysen Vorhersagen über den Charakter eines Menschen machen kann. Und diese Software soll eingesetzt werden bei Einstellungsverfahren. Wollen wir sowas? Müsst ihr euch fragen. Und natürlich, insgesamt ist es so, dass das Bild vom Hacker immer impliziert, dass von Computern Gefahr ausgeht, dass Menschen Angst haben vor Anwendungen, dass Menschen Computer als bedrohlich empfinden. Und wir müssen uns darüber klar sein, dass Anwendungen, die wir entwickeln und wo wir sagen, schaut her, was die alles können, dass die vielleicht dazu führen, dass Menschen Computern misstrauen. Und auch das sollten wir vermeiden. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?